Herzlich willkommen zu unserem bewegten Adventskalender mit dem Türchen Nummer 10. Heute die Übung Wandsitz. Wir lehnen uns rückwärts gegen die Wand. Die Knie befinden sich annähernd in 90-Gran-Position. Die Hände befinden sich locker am Oberschenkel. Idealerweise führen wir die Übung dreimal eine Minute durch. Wer es etwas schwerer mag, darf in dieser Zeit auch ein Bein abheben. Viel Spaß bei Lügen!